Vielen Dank, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen Zeit mit uns zu verbringen, wir sind gleich da oben bei Medimax für euch, ich glaube, das ist im Center, wenn man den Treppen auf geht und ihr kennt euch ja wahrscheinlich alle aus, noch besser als wir, wir geben da gerne Autogramme und wir haben für euch auch noch natürlich Alben dabei und sind mir die gern und wenn ihr möchtet, haben wir auch noch einen Poster mit dazu, also kommt gern zu uns, wir machen auch gern Fotos mit euch, vielleicht dürfen wir ja auch das eine oder andere Foto mit euch zusammen machen, wir würden uns freuen und ihr wisst gleich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kalbarstadt. Dankeschön, bis gleich. Zugabe! 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 Ich bin mir noch nicht sicher. Zugabe! 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 Könnt ihr noch? Ja! Ja, dann würde ich sagen. Einen doch. Einen aus unserem... Wir haben es gerade angesprochen, das ist jetzt wirklich spontan. Äh, Klinklang! Das haben wir noch nie. Klinklang! noch nie für euch das premiere haben wir noch die zeit wir haben noch gut machen wir den oder klickler habt ihr bock